Der größte Hedgefonds im Kryptosektor ist nun Pleite. Hey und willkommen bei der Kryptoeule. Das ganze Thema rund um Free Errors Capital haben wir gestern im Livestream schon angesprochen und ihr habt es auch schon hier öfters auf dem Kanal erlebt und auch gehört und auch auf Twitter wahrscheinlich gelesen. Es ist einer der größten Hedgefonds im Kryptosektor. Er ist wirklich Investor in vielen Projekten, in den Top 25 und noch darüber hinaus und dieser ist nun offiziell Pleite. Der Insolvenzantrag sollte ja letzte Woche rausgeschickt werden und nun ist es ganz offiziell, es ist Pleite. Und wir schauen mal auf die Kurse, wir schauen mal wie es auch im BlockFi steht. Das war ja auch so ein Unternehmen, was in diesem Domino-Effekt involviert wäre, aber da scheint es eine Wendung zu geben. Aber ich habe schon wieder eins der nächsten gefunden, wo es nicht gut aussieht und eins ist bei allen ziemlich gleich und zwar die Herkunft. Starten wir rein und schauen uns die News an rund um BlockFi. Starten wir da erstmal kurz und zwar FTX. Ich habe mir gesagt, das Thema, wenn FTX da einen Kredit gibt, dann machen wir es nicht einfach so und jetzt plant man sogar eine komplette Übernahme von BlockFi für insgesamt 680 Millionen US-Dollar. Nicht schlecht, würde ich sagen, für BlockFi, keine Frage. Hier nochmal der kurze Text dazu. Man hätte erstmal einen Kredit gegeben von 250 Millionen und nun hat man diesen aufgestockt auf 400 Millionen und jetzt plant man das Ganze für 680 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Ja, für FTX ein vielleicht cleverer Schritt, weiß man nicht. Aber FTX ist da im Moment sehr fleißig mit Kreditvergaben, Hilfspaketen und dann noch, oh, vielleicht kann ich ja doch noch ein paar Firmenanteile abzwacken. Wir sehen, dass die da wirklich sehr sich aufstellen für die Zukunft und auch schauen, wem geht es schlecht und wir können da vielleicht etwas von holen, weil bisher lief es ja eigentlich immer gut bei den Projekten. Und wie wir alle wissen, nach jedem Down kommt auch ein Hoch. Und das ist anscheinend auch das Motto bei FTX. Geld haben sie genug und damit arbeiten sie fleißig, muss man sagen. Jetzt zum Thema Free Errors Capital. Das Ganze ist ein bisschen länger, aber ausführlich. Und das schauen wir uns an. Und zwar Free Errors Capital ist nun offiziell pleite. Free AC, vielleicht schon mal gelesen, 3AC, hat Bachtiger gesagt. Und das ist einer der größten Hedgefonds, wenn nicht sogar der größte Hedgefonds. Der ist nun pleite. Der Insolvenzantrag, der ist ja hier schon reingegangen. Habe ich euch ja gestern schon gezeigt. Hier war der Insolvenzantrag. Bisher, auch wenn es hier so ein Schreiben gibt, es muss ja erstmal bestätigt werden, dass der wirklich eingegangen ist. Und heute, mehr oder weniger, ist das Ganze bestätigt worden. Und nun ist es durch. Jetzt denkt man sich, warum ist hier eine Insel? Das werden wir jetzt kurz in diesem News hier sehen. Und zwar, bereits im Vorfeld zum New Yorker Prozess hat da ein Gericht auf den britischen Jungferninseln das Unternehmen Free Errors Capital aufgefordert, seine Vermögenswerte zu liquidieren. Ja, also wenn man pleite ist, dann muss man halt alles verkaufen, dass man sagt, so, damit arbeiten wir jetzt noch die Insolvenz durch. Und das können wir vielleicht auch im Kurs widerspiegeln. Schauen wir gleich mal drauf. Der Fall Free AC steht sinnbildlich für die Schockwelle, die der jüngste Kursrutsch von Bitcoin und Co. am Kryptomarkt ausgelöst hatte. Schließlich geht mit Free AC einer der größten Hedgefonds im Sektor in die Brüche. Also da sind wirklich wahnsinnige, viele Kryptowährungen, wo Free AC investiert ist. Unbestätigten Berichten zufolge soll sich Free AC mit massiv gehebelten Wetten verspekuliert haben. Vor allem im Chaos rund um Terra Luna. So wie Lido Staked Ether hat das Unternehmen federn lassen müssen. Ja, Free AC war ein Großinvestor bei Terra Luna und man hat das Ganze hochgehebelt. Man hat Terra Luna in den Himmel gehoben, Terra Luna, wir kennen die Reise, die ja abgegangen sind wie Schmidts Katze. Und viele haben gesagt, das ist es, dieser algorithmische Stablecoin. Und viele haben wirklich, ich habe super viele Videos gesehen, das ist doch super, wenn auf der einen Seite zu viel ist, dann muss ich auf der anderen Seite ausgleichen und so weiter. Wir minten Terra, dann minten wir wieder UST und so weiter. Es sind sehr viele auf den Zug drauf aufgesprungen. Sehr viele Influencer haben das Ganze toll gefunden, gut gefunden. Vielleicht auch dafür bezahlt worden, niemand weiß es. Aber wir sehen, ja, da ist viel schief gelaufen, muss man sagen. Bereits in der vergangenen Woche hat die BTC-Börse Voyager den Zahlungsausfall von über 670 Millionen US-Dollar von Seiten Free AC gemeldet. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-Eco vorliegt. Also hier wurde wirklich Free AC, haben Geld gegeben an Voyager und irgendwann haben sie einfach nichts mehr zahlen können. Und dann fehlten einfach mal 670 Millionen US-Dollar. Und das haben sie auch bekannt gemacht hier. Haben dann sich etwas Geld geliehen und jetzt ist man auch gespannt, wie es bei Voyager weitergeht. Das könnte einer der nächsten sein, die im Domino-Effekt betrachtet sind. Wie gesagt, ich habe gleich noch niemanden. Von den Gründern Kylie Davis sowie Su Tu fehlt weiterhin jede Spur. Letzterer ist mit über 500.000 Follower auf Twitter ein ernstzunehmender Influencer im Space. Aufgrund von widersprüchlichen Aussagen sprechen Marktbeobachter bereits von möglicher Marktmanipulation. Ja, wir sehen also, wenn hier ein Gründer 500.000 Follower hat, also da gibt es ja zig verschiedene. Stellen wir uns vor, einfach Charles Hoskinson verlässt jetzt Cardano. Dann hat das definitiv einen Effekt. Und hier ist es so, wenn jemand das Ganze in den Himmel lobt, wenn man sagt, hey, wir kaufen jetzt Terra Luna, wir kaufen jetzt Terra Luna, wir kaufen übrigens Terra Luna. Und da ist jemand mit 500.000 Follower und die steigen alle mit auf den Zug ein. Und ich selber war einer der ersten, pushe ich natürlich mein Investment. Deswegen das Thema Marktmanipulation aufgrund von Influencern immer wieder ein Thema. Und wie gesagt, wenn dann noch jemand für seine Videos, für seine Posts, was auch immer, bezahlt wird von dem Unternehmen selber, wovon wir ja nicht immer eine Nase dran kriegen, dann muss man ganz ehrlich sagen, ist das natürlich eine fiese Sache. Dieser Gründer, von dem jede Spur fehlt, auch sehr interessant, im BTC-Eco-Artikel, geht nämlich hervor, dass er aktuell, dieser Su, Su, wie auch immer, einer seiner Immobilien im Wert von 35 Millionen US-Dollar aktuell veräußern möchte. Das Ganze hat Bloomberg geschrieben, um vielleicht noch etwas Kapital in die Firma reinzubringen oder sich einfach damit komplett abzusetzen. Wer weiß. Also, schwieriges Thema. Gehen wir weiter und zwar, hinzu kommt ein undurchsichtiges Geflecht aus verschiedenen Tochterunternehmen, die an Steueroasen wie den Cayman Islands registriert sind. Recherchen von Coindesk zeigen, dass Free AC mit Tai Ping Chang Capital, TPS, in dem Steuerparadies mutmaßlich eine eigene Trading Desk betrieben hatte. Das Pikante, trotz des Insolvenzverfahrens operiert TPS Capital weiter. Also, sehr interessant, dass man hier wirklich sich da was gebaut hat. Ich meine, jeder, der schon mal so ein Unternehmen gesehen hat und wo ein Geschäftsführer ist, der Geld in dieses Unternehmen reingebracht hat, der hat dann noch eine eigene Kapitalfirma, ist einfach auch steuerlich ein ganzes Thema. Wenn man mal so ein Konstrukt gesehen hat aus Geschäftsführern, Gründern und so weiter, dann weiß man, dass es wirklich so ein Geflecht ist in der Regel. Aber oft ist das mittlerweile auch hier in Deutschland so übersichtlich, dass man sagt, auch wenn da 20 Firmen vielleicht beteiligt sind, um die eine erstmal Geld zu geben und dann auch wieder Geld zurückzunehmen, ist das vielleicht erstmal unübersichtlich, aber mittlerweile immer einfacher. Aber hier hat man ein Geflecht aufgebaut von ganz vielen Tochterunternehmen, was ja im Prinzip erstmal Geld rein, dann da wieder raus, dann wieder noch Tochterunternehmen. Also, man sieht, wie so ein Spinnennetz, was man da aufgebaut hat und deswegen muss man da erstmal zurückverfolgen, der hängt da überhaupt alles drin. Und trotz, dass diese Insolvenz von 3AC nun beantragt wurde und auch schon Kryptowährungen liquidiert wurden, operiert diese Firma weiter. Also, es ist schon sehr, sehr kurios. Letzter Absatz, mittlerweile ermitteln auch singapurische Behörden gegen den Hedgefonds. Denn nach Inhalt des Geschäftsberichts von 2020 habe 3AC lediglich geringe Millionensummen anstatt den kolportierten Milliarden US-Dollar an Kapital verwaltet. Das heißt also, im Vergleich zu 2020 haben sie nur ein paar Millionen gehabt und jetzt hat man schon sehr viele Milliarden. Deswegen ja auch einer der größten Hedgefonds in diesem Vektor. Also, echt Wahnsinn, was da abgeht und wir haben ja gesagt, 3AC ist so ein Baustein, aber wenn wir nochmal kurz auf den Bitcoin-Kurs sehen, da sehen wir ja die ganzen Verfalle, die wir nun hinter uns haben. Aber vielleicht auch diese ganzen Kapitalfirmen und dieses ganze Drama rund um diese Investmentfirmen, vielleicht auch der Auslöser durch Terra Luna, dass Terra Luna hochgegangen ist, nun runter, man hat sich verspekuliert und nun hängt man in der Misere. Schauen wir uns das Ganze mal kurz zum Chart an. Wir sehen ja hier den Terra Luna-Crash, ganz klar voll nach unten gegangen, sind im Bitcoin-Kurs, wie ihr seht. Ganz klar nach unten gegangen, ist auch sichtbar. Seitwärtsphase, keiner weiß, wo es hingeht. Dann Registionskanal, lassen wir den einfach mal weg, aber theoretisch hier aus diesem ausgebrochen. Und dann kam Celsius, das ganze Thema und nun halt 3AC. Sehen wir es in den letzten Tagen, sie mussten liquidieren. Kann man so zurückverfolgen, vielleicht auch die Kurve schon, dass sie was liquidiert haben. Viele haben gesagt, boah, wenn es jetzt hier noch unten geht, dann kaufe ich einen. Wieder gegengekauft. Ich weiß aber auch, dass hier in diesem Bereich die Rails sehr, sehr aktiv waren. Pump-and-Dump-Gruppen. Also, wie gesagt, ich habe das schon öfters mal erwähnt, ich bin da in ein paar Gruppen drin. Nein, ich gehöre nicht zu einem dieser Pump-and-Dumper. Aber ich lese mir das immer durch und schaue mir das an und dann sieht man immer, ja, wenn der Kurs mal gerade hochgeht, dann denkt man hier, ja, jetzt geht es wieder los. Guckt mal kurz in die Gruppe, alles klar. Dann geht es eh wieder runter, weil oft ist es so, wenn so eine Pump-and-Dump-Gruppe das Ganze hochtreibt, dauert ein, zwei Tage und der Kurs geht wieder dahin zurück, weil diese Pump-and-Dump-Leute wollen ja auch wieder Geld zurücknehmen, um dann wieder diese Spielchen zu betreiben. Das muss man natürlich auch verstehen. Jetzt habe ich ja gesagt, das nächste Thema ist, dass wir einen der nächsten haben. Und wir hören immer wieder Singapur, Singapur, Singapur. Wir wissen ja auch bei Terra Luna Singapur. Wir wissen bei Free AC Singapur. Und jetzt kommt schon der nächste und zwar hat The Blog, auch eine interessante Seite, geschrieben, dass VALT hat aktuell die Auszahlung gestoppt. Und das ist ziemlich interessant und sie sitzt nämlich in Singapur. Und man hat vorher, noch nicht mal vor einem Monat, hat man gesagt, wir haben nichts mit Celsius oder Free Aeros Capital zu tun. Also sehr, sehr kurios das Ganze. Kurz erklärt, was das VALT, vielleicht war es noch nie gehört. Im ostasiatischen Raum sind sie ein bisschen bekannter. Sie sind wie so eine Kryptobörse letztendlich. Man kann da aber auch Landing betreiben. Schaut mal hier. Man kann hier viel anlegen, sogar Durchkommen für den Prozentschieber und so weiter. Viele verschiedene Kryptowährungen kann man hier auch noch rüber gehen. Also wir sehen, da ist nicht wenig drin. Das ist sehr viel. Zum Beispiel kann man hier auch einfach Bitcoin festschreiben für 6,7%. Wer daran Spaß hat, der macht das vielleicht auch. Weil letztendlich Prozente auf seine Bitcoins in solchen Phasen wie aktuell sind auch nicht verkehrt. Aber wir haben halt das Problem, in dem Moment, wo diese Börse pleite gehen könnte, wird, wie auch immer, dann sind natürlich auch deine Bitcoins in Gefahr. Viele verschiedene Sachen, die man hier auch kaufen kann. Wir sehen, da sind viele unterwegs, haben viel. Keine Frage. Kann man sich durchklicken. Aber wie gesagt, auch aktuell. Die Zahlung gestoppt. Und das Ganze ist natürlich nicht gut. Und es könnte wieder einer der nächsten Bausteine sein, die ins Fallen bringen. Jetzt vielleicht für uns eher uninteressant und sagen, ja, lass die doch da drüben alles kaputt gehen. Und man denkt sich auch, wenn man auf den Chart schaut, jetzt vielleicht, ach guck mal, so tief ist es ja nicht mehr gefallen. Man muss halt einfach ehrlich sein, nach diesem Kursrutsch von hier oben nach hier unten, ist es einfach auch so, dass es die ganzen Spekulanten, die einfach nur gesagt haben, es geht nach oben oder halt diese großen Hedgefonds und so weiter, die hat man jetzt mal aus dem Markt gespült. Und eigentlich kann es gar nicht mehr so viel nach unten gehen. Weil irgendwann sind wir an einem Preis, wo eigentlich die ganzen Hottler sind und sagen, so, wir verkaufen eh nicht. Da kann der Preis sogar noch hier runtergehen. Und irgendwann kann es einfach gar nicht mehr weiter runtergehen. Außer wir haben wirklich eine Mega-Panik und Satoshi Nakamoto taucht auf und sagt, es ist vorbei, Bitcoin war ein Spaß und verkauft jetzt noch. Sonst nichts mehr wert. Das sind aber alles Horrorszenarien, die eigentlich gar nicht auftreten können. Und wenn, dann ist wirklich was los. Aber eigentlich sehen wir ganz klar, die Abverkäufe, also die Kursrutsche wurden immer weniger, obwohl sehr schlechte Nachrichten immer kamen. Und wie gesagt, Free Errors Capital hängen sehr vielen großen Krypto-Projekten drin und haben auch sehr viele Bitcoin. Es ist nicht 100% bekannt, wie viel Bitcoin sie haben, aber man spricht da schon von einigen, die sie besitzen. Wie gesagt, keine offiziellen Zahlen, deswegen, bevor ich jetzt was in den Raum werfe, aber sie haben wohl einiges an Kryptowerte, die sie nun verkaufen mussten. Also wir sehen kein schöner Zeitpunkt aktuell. Das Sommerloch ist eh immer so ein Down. Ihr merkt es selber. Draußen ist schönes Wetter. Man guckt vielleicht weniger aufs Handy. Twitter ist sehr ruhig. Bei Patrick und mir ist es auch so. Hey, und gibt es was Neues? Nö. Und gibt es bei dir was Neues? Nö. Hm. Und privat? Vorher war es nämlich immer so, dass wirklich, wir haben uns die News um die Ohren gehauen und hier und das könnte interessant sein und lest mal hier und da. Man muss ja irgendwie auf dem Laufenden bleiben, weil sonst können wir uns hier nicht hinsetzen und mit euch sprechen im Livestream und so weiter. Sondern wir haben uns immer informiert über alles und jetzt merkt man wirklich Bärenmarkt. Sommerloch. Es ist einfach nichts mehr los. Es gibt ein paar Kryptoveranstaltungen, da tummeln sich auch viele Projekte rum, die sich dann kennenlernen, wo man Partnerschaften und Kontakte knüpft. Aber es ist jetzt aktuell nicht so, dass hier voll die Updates kommen, die News und so weiter, sondern man berichtet auch sehr viel über schlechte Sachen, weil es aktuell nicht so vieles gibt und auch die Newsseiten haben immer weniger zu tun. Man merkt auch, Börsen mussten immer mehr Leute entfernen, weil weniger Leute investieren. Denn aktuell Bärenmarkt, dann Sommerloch, ich habe was anderes zu tun, ich habe keine Lust Geld reinzustecken. Also wir sehen immer mehr, dass es definitiv ein Bärenmarkt ist und was im Winter passiert, ist schwer fraglich. Ich halte 100.000 Euro für Bitcoin für im Jahr 2022 für absolut ausgeschlossen und jeder, der das sagt, ist absolut utopisch. Ich glaube, wenn wir uns bei den 30.000 im Winter wieder befinden, ich glaube, da können wir alle glücklich sein, meine persönliche Meinung. Bin mal gespannt, wie seht ihr das? Schreibt gerne in die Kommentare. Lasst gerne einen Kommentar zu diesem ganzen Thema da. Würde uns freuen und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.